Willkommen zurück, weil wir sind in Evil 4! Ja, wir haben jetzt unseren ersten Totenschädekopf, was auch immer da gefunden. Cool, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück zu unserem Boot. Ich hab noch genau... Ich geh mal lieber, ich hab keinen Bock, mich großartig mit denen zu befassen. Aus dem Weg! No, lass mich durch! Äh, da ist unser Boot. Okay, ähm, ich will grad mal gucken, wo wir hinlangen müssen. Äh, da waren wir schon. Jetzt fahren wir... Da ist unser Kollege. Wir fahren jetzt hier einmal rum. Ja, wir fahren jetzt hier einmal rum. Da, 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 da! Fahren wir hier einmal rum. Wo ist das hier? Das frage ich mich die ganze Zeit. Wo ist das da? Ach, das ist oben! Das ist der Wegschrein. Oh, okay. Gut zu wissen. So, erstmal fahren wir zu den beiden... ...dingern da aufs See. Oh! Ähm... ...dankeschön, ich glaub, ich komm hier nicht mal raus. Hier ein Stein. Ein Schatz ist hier noch. Ich hab keinen Platz mehr. 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 Ich hab keinen Platz mehr, also. Um... Nein, ich bin doof. Ich bin so dumm. Ich bin so doof. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich mach die, glaube ich, auch erst mal. Ich mach die jetzt erst mal leer. Ich mach die jetzt erst mal leer. Ah, ich hab mir die raus. Ah, ist mir hier weg. So, jetzt fahren wir hier mal eben rum, weil hier noch so ein paar Kisten liegen. Da vorne zum Beispiel. Hier vorne kann man rein. Ach, hier ist das. So. Hm. Okay, hier lang geht noch nix. Ich brauche ein goldenes Ei. Da ist das goldene Ei. Wie viel Leben hab ich noch? Leben. Leben hab ich genug. Jetzt hab ich jede Menge Eier. Jetzt hab ich jede Menge Eier. Jetzt hab ich jede Menge Eier. in der da liegt. Früher musstest du die Hühner noch killen. Jetzt hab ich mir fast gedacht, dass du die Hühner früher noch killen musstest. Hätte ja sonst auch keinen Sinn gemacht. Wie gesagt, ich hab keinen Vergleich zu den alten Resident Evil Teil. Und den neuen hier. Ich hab ja keinen Vergleich. Von da kam ich, oder? Kann ich hier anlegen? Ich kann da anlegen. Okay, wo auch immer ich jetzt bin. Verdammt, war ja klar. Geh doch. Ach, hier bin ich. Hier kam ich nicht durch. Ah. 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 Wie gehen die sich weiter, oder? Wie muss ich das jetzt mal stehen? Wie muss ich das jetzt mal stehen? Und hier kam ich doch. Und hier kam ich. Ich glaub, da ist nix mehr, oder? Ja, hier ist auch die Tür zu. Da liegen auch Steine vor. Das heißt, ich komm da auch gar nicht mehr hin. Gut zu wissen. Ähm. Hier waren noch Sachen, die ich holen konnte. Junge, das war knapp. Ähm. Position. Schön. Oh. Falsche Richtung. Habe ich davon den Schlüssel jetzt? Ah, hab ich. Da ist ja nicht. Oh, das ist doch so. Wiss ich auch. Oh. Wiss ich. Oh. Oh, wie geht's denn? Oh. Das ist sie aber nicht, oder? Was geht hier vor? Oh. Das ist sie aber nicht gewesen. Hier ist ein, ach guck mal da, noch ein Stein. Einmal nach oben. Oh mein Gott, hier ist das Ritual. Oh mein Gott, hier ist das Ritual. Was man am Anfang sieht. Kleiner Schüssel. Hier hinten, da ist noch Kraut. Oh, okay. Oh, okay. Ach du Scheiße. Hi. Na, klasse. Oh, okay. Oh, okay. Geh, Panamonimau. Oh, ah. Ich esse mal eben nen Ei, dann hab ich wieder Platz. Ich hab noch ein Schuss, ich hab noch sechs Schuss. Ich hab noch sechs Schuss. Ich hab noch sechs Schuss. Ob der Schüsse... Der Schüsse zählt wahrscheinlich nicht viel hier hinten, oder? Ach doch. Perlendings, okay. Im Haus ist noch was. Aber ich glaub ich komm nirgends. Oh danke, ich seh nichts. Feine Platte. Äh... Geradeaus und dann... Ich hab schon gedacht, ich flieg irgendwie in die Luft. Ist das Ding... Hä? Ach da. Am Ende... War hier doch noch was? Ne. Der ist ja Leiter. Ach nee, ach nee, die Leiter. Ui. So, dann müsste... Ich hab den Ring nicht mitgenommen. Bin enttäuscht von mir. Bin enttäuscht von mir. Ich hab den Ring nicht mitgenommen. Warum hab ich den Ring nicht mitgenommen? Ich glaub ich hab nicht gescheit geguckt. Dann haben wir das auch. So, ähm... Dann haben wir hier alles durch. Okay. Dann fahren wir als nächstes... Jetzt mal wieder gucken. Äh... Hier hin. Also quasi... Da vorne hin. Bescheidene andere Frage. Wie krieg ich denn denn einen Fisch? Ich soll eine Forelle fangen. Wie soll ich die hier fangen? Okay, das versteh ich nicht. Wie soll ich den Fisch fangen? Mal einfach. Was soll man denn da einen Fisch fangen? Oh, hier bin ich. Oh, hab ich noch so'n... Ich hab zwei. Ne, mir fehlt noch eins. Einer fehlt mir noch. Wie soll ich denn da raus einen Fisch fangen? Okay, das versteh ich nicht. Hier, wenn du drauf schießt. Wo soll ich denn drauf schießen? Ne, ist ja nix. Wenn du mir sagst, wie ich denn... eine Forelle hier sehe, dann mach ich das. Aber ich sehe halt keinen Fisch. Großartig. Da ist der Händler. Das ist für die Kirche. Wäre ja cool, wenn da irgendwie so'n Fisch hoch springt oder so. Oh. Ich hab grad'n Fisch gefunden. Ich hab' grad'n Fisch gefunden. Komm her! Komm her! Hoppa! Chiqfe! environ apa wenn ich so? Will das不能 nicht erwis shifts? Wie viel Heal du einfach in diesem Spiel kriegst. Das ist krass. Wie viel Heal du einfach hast. Finde ich schon irgendwie bemerkenswert. Das ist ein Dreier. Ja. 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 das habe ich schon festgestellt das symbol okay dieses komische hey das habe ich ja verstanden das hier was ist das das aber noch mal die schlange das dann was das ist das denn noch leichter als gedacht war doch leichter als gedacht da ist das letzte teil da ist das letzte teil dann heißt können wir auch da direkt hinfahren und das teil holen hier dürfte ja eigentlich nichts mehr sein können wir auch gehen einmal runterhüpfen dann gehen wir mal direkt auch die andere Habe ich überhaupt noch Platz? Ein bisschen Platz habe ich noch. Bisschen Platz habe ich noch. So. Dann haben wir das dritte. Ähm. Easy. Easy peasy. Einmal Götzen. Haben wir einmal Götzen gefunden. Oh, hello. Edge. Um, um, um. Wollte ich vorhin rein anfangen. Sechster Feld ist das. Ich bin doof. Wie viele brauche ich für dieses Antrags-Dickel, was ich machen muss? Äh, Aufträger. Alle blauen Medaillons zerstören. Achso, die habe ich schon. Äh, was war mit Gräbern zerstören? Ich habe die Gräber noch nicht gemacht. Ein goldenen Tühnerei, einen Riesenbarsch verkaufen. Einen Riesenbarsch. Jetzt habe ich hier noch keinen Riesenbarsch gesehen. Äh, wo war das denn da vorne? Also acht. Ja, da muss ich erst gleich verkaufen. Da muss ich gleich erst verkaufen. Weil anders geht das nicht. Ich habe nämlich keinen Platz mehr. Ich habe nämlich keinen einzigen Platz mehr. noch einmal Kopf eins. Und einmal Kopf zwei. Kondor One an Basis. Hab den Schlüssel für die Kirche. Verstanden. Dann schnell zu Baby Eagle. Ja. Reden wir später. Ich mache mich auf. Kondor One Ende. Hey, zur Kirche gehen. Aber bevor wir zur Kirche gehen. Wir haben jetzt überall die Sachen geholt. Tja, dann gehen wir mal zurück zum Händler. Die Frage ist, wo bin ich? Wo finde ich denn den Riesenbarsch? Ist die Frage. Ich möchte das auch nie verkaufen. Hast eine gute Arbeit verdient. Eine angemessene Entlohnung. Ich habe was Neues für dich. Verkaufen. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Perfekt. Du bist eben ein echter Profi. Eine Raketen wäre verkaufen. Deine Kohle oder dein Leben. Minenaufsetzer. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Das haben wir extra für dich. Auch beachtliche Größe. Aber Größe ist ja bekanntlich nicht alles, nicht wahr? Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Probier mal, ob es passt. Probier mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Bei der kleinen Werft? Was heißt denn bei der kleinen Werft? Kleinwerft? Kleine Höhle mit Schreien. Ich sehe nur... Kleine Werft. Wir gucken doch mal. Ich hätte schon gerne alle Aufträge. Fischhütte! habe ich was verpasst? Welche Fischhütte? Tja! Fischhütte? Überdachte Anlegestelle. Nee, eben nicht wirklich, Black. Nicht wirklich. Ist das draußen auf dem See, du meinst es hier oder was? Meinst du hier? Das wäre das einzige, was wenn der alt fallen würde. Mal rein. Da in dem Weg also vom Boot ausschauen. Da in dem Weg vom Boot ausschauen. Hier oben Siedlung am See oder was? Wer war denn hier vorne? Kann auch hier vorne drüben sein. Also das hier. Gut. Du bist noch so schön. Ich sehe hier keine Riesenforelle. Müsste ich, glaube ich, googeln, um das hier zu finden. Müsste ich jetzt echt einmal googeln. Bei der Hütte wurde eben was im Wasser. Da ist er, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn gerade erschossen. Ne, wo war der L? Bei der Hütte. Hier vorne, aber der Fahrrad macht gar nichts. Oh, ich nehme es zurück. Riesenbarsch. Geht doch. Geht doch, dieses scheiß Drecksviech. Ähm. Mal überlegen. Da vorne muss ich hin. So, jetzt kann ich den auch verkaufen. Danke, Black. Danke, danke, danke. Äh, verkaufen. Oh, die Musik ist die gleiche. Das macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Die Musik ist die gleiche. Das wollte ich sehen. Ach, gute Arbeit. Ich habe nur die feindste Ware im Angebot, Fremder. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben. Das willst du nicht. Damit weist du sie in ihre Schrankten. Angenehme Reise. Ähm. Oh, guck mal, ich habe mehr Platz. Was ist das hier und hier? Oh. Was sind das hier und hier? Oh. Ich habe mir den Koffer aufgemacht. Okay, ähm. Warte mal. Hier unten auch noch was. Das hab ich doch vorhin auch gemacht, oder nicht? Oh, man findet immer nur einen Schlüssel, um die Schränke hier aufzumachen. Das ist ja beschiss. Achso, ja. Danke für die Erinnerung. Ich sollte wirklich speichern. Da sagst du was. Koffer anpassen. Was soll denn? Meine Koffer. Oh, was ist das? Brüleskreuz stellt 50% mehr her. Okay, ä chapter pepperな qui. Okay. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge.